Ich lerne Deutsch. Nummer 15.115 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Lassen Sie sich von uns unterstützen. Wir helfen Ihnen, Ihre Produkte bekannt zu machen. Lassen Sie sich von uns unterstützen. Wir helfen Ihnen, Ihre Produkte bekannt zu machen. Wissenschaftler formulieren klare Hypothesen, um gezielte Experimente durchführen zu können. Wissenschaftler formulieren klare Hypothesen, um gezielte Experimente durchführen zu können. Wenn ich Zeit hätte, würde ich dir gerne helfen. Aber im Moment bin ich sehr beschäftigt. Schön, dich so schnell wiederzusehen. Komm in mein Büro. Da können wir in Ruhe reden. Schön, dich so schnell wiederzusehen. Komm in mein Büro. Da können wir in Ruhe reden. Ein Foto vor dem Riesenrad ist ein beliebtes Souvenir aus dem Freizeitpark. Ein Foto vor dem Riesenrad ist ein beliebtes Souvenir aus dem Freizeitpark. Ich habe nicht nur wahnsinnige Kopfschmerzen, sondern mir ist auch schwindelig. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren und gib uns bitte ein Like. ich so schnell wiederzusehen. Ich habe nicht nur einen linken Abonnieren. Ich habe nicht nur einen schönen Non-Racer-Profon. Ich habe nicht nur einen schönen Ausdruck.